Ich glaube, ich bin mir sicher, dass das ein sehr wichtiger Tag ist, wenn der Geschichte Österreich eingehen wird. Und ich glaube auch, dass das auch in der Geschichte der Welt eingehen wird. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn ich da zuschaue, diese Bemerkungen. Zum Beispiel nur Wutbürger, wo die Wüterstrahlen gesagt haben, Wutbürger, wo ich immer schon täglich so oft gesagt habe, wir brauchen Wutbürger. Keine Wutbürger. Ich bin ein Steuerzahler und ich verlange, dass ich das Recht habe, mich hier auszudrücken. Eine Insolvenzverschleppung. Der EF ist ein Part des Systems, wo sie verhindert werden, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Behindert, nicht? Der EF ist ein Part des Systems, wo sie verhindert werden, dass die Menschen behindert. Und nämlich, wie kann das überhaupt passieren? Das sind alle Länder in Europa, das sind Schuldenmacher. Was kommt da zusammen, wenn die Schuldenmacher alle zusammenkommen? Noch einmal, ich mache mir Sorgen über Österreich. Ich sage noch einmal, ich komme noch einmal zurück. Noch einmal, was soll daraus vorkommen? Also, noch einmal, das sind alle Schuldenmacher, alle Länder. Noch einmal, das System funktioniert nicht. Eigentlich, noch einmal, der EF ist ein Part des Systems, wo sie verhindert werden, dass die Menschen die Wahrheit erfahren, behindert. Der EF ist ein Part des Systems, wo sie verhindert werden, dass die Menschen behindert.